In der Wahrnehmung der Konsumenten sehr beliebt bleibt das Flugblatt. 92% geben an, regelmäßig Flugblätter zu lesen. 60% teilen diese sogar mit Freunden oder Familie. Knapp die Hälfte, 41%, finden Flugblätter kaufanregend und sogar 84% nutzen Angebote aus Flugblättern und Prospekten. Weitere Details für Ihre optimale Werbeplanung entnehmen Sie dem Dialog-Marketing-Report unter post.at slash dmr2020.